ok wir haben jetzt noch 960 km bis steinbruch salzburg dort wird das ganze dann ets technisch ändern weil noch mal dann weiterfahren wird schwierig auch mit dem ändern zu finden das heißt wir machen dann salzburg steinbruch ein bisschen mehr aufreibung oder groben foto genau ja wie gesagt also wir werden bis 18 ungefähr laufen lassen dann übernimmt da schwadreurs lp 4k tv und macht so ein paar andere spiele werden wahrscheinlich csgo ein bisschen spielen und anderes worauf wir halt gerade bock haben genau aber erweitern kann natürlich gespendet werden und das geht auch in die summe rein und auch ganz wichtig die werden uns nachher vielleicht noch mal abwechseln nur klein muss dann auch mal so essen und pp und so eine wollte ich das so weit ist ja so verstanden die zuschauer wussten hier schon fünf stunden hallo fünf stunden facecam mit blubi das ist schon hart ich bin der herr counterstrike ich werde mich an dich rächen willst du wirklich versuchen ich bin halt ein alter mann weißt du so eine 32 ist bald vorbei empfohlen entfohlen ach keine ahnung so bin kurz abweseln essen machen da hat doch gesagt wir sollen ordentlich fahren oder du 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 das ist ordentlich ich tu rasen wie ein pass ich habe auch nichts verboten er hat blubi guck mal pass auf sie er hat er habe ich mir ein mann ich wir haben was sollen die nach unten mann die sind wie die verrückten auf einer zahlen von 1 bis 100 b obwohl die Stdl auf dein Gewicht erraten ich weiß nicht du sagst ja das ist nicht freistellig ich kann nicht noch irgendwie schön die Frage ist nur die Zahl die da steht als gewonnen die Zahl ist witzig wenn ich mich für mich für mich darauf assoziiert was? Kartoffi-Suppen, siya das? LZ-Fix oder Kartoffi-Suppen lol ne bohn Philipp ist aber nicht da er ist nicht da Philipp, also hier ähm admin Philipp ja Lachs ist doch da messen machen geile Spaß hat alles dabei ich wirk mags nach auf ein Epidem auf ein Dem-Speak-Mean da ist ein pinker LKW boah es tut doch echt in den Augen weh oder? was? was pinkes komplett als LKW also ich fahr jetzt hinter sinnlos GmbH ja ganz am Anfang Vorsicht! ho 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 ko oh ho ho wirken also was sie noch so wichtig wie schnell fahrts in der Fahnden 50 oder 50 50 50 60 umdurchschnittlich ich habe gestern von der Sparkasse eine Musikbox geschenkt bekommen Lohlex und voll schaum Prozent Prozent toll sie gerade seit sich zwischen speichern Ich bin auf einmal stehen geblieben und habe Schaden bekommen, das war ja das komische. Boah lex du alter, fahr mal zur Seite. Wurde sich ja gar nicht bei dir vorbei. Kann ich vor dir? Also vor mir fallen ist mir wurscht. Warte mal, wir müssen rechts ab. Also jetzt können sie nicht vorbei. Lex du alter. Ich lege ein wenig. Das war wohl hier, diese eine Probe zu leckt. Wir fahren, das Problem ist, dass der ganze Server leckt zur Seite. Die haben ja wieder runter, ne? Ne, wir fahren noch etwas an der Route. Ganz minimal, die Konzert hatte ja nur ein bisschen umgestellt. Also wir fahren jetzt Richtung Luxemburg. Lex ist nicht da, der macht Essen. Bei dem gibt es Würfel. Der macht für den Philipp gerade das Essen. Wir fahren gerade an dem Parkplatz vorbei. Was bei Salzburg? Ne, ne, ach keine Ahnung wo wir gerade sind. Irgendein Parkplatz. Irgendwo auf einer, irgendeiner Autobahn. Längs. Ach die Scheiße, okay. Ja dann, gute Besserung. Krümel Monster. Der hat halt Brüllen verschluckt. Bestimmt wie Toni, Toni bei uns hat auch die Krippe erwischt leider. Der wird heute eigentlich auch aktiv sein. Und schon mal. Der Viewbot schlägt schon wieder zu. Aber jetzt, jetzt mach ich nicht mal aus dem Stream. Jetzt kann er mir am Hosenzipfel lecken. Hosenzipfel. Das stinkt doch bestimmt, oder? Hosenzipfel, Alter. Mann. Wir haben heute leider die 100 Zuschauer nicht geknackt bis jetzt. Dann haben wir uns noch mal über das Geld. Zweimal hab ich Patrice nachher streamt. Hab ich auch verstanden. Ja. Macht denn eigentlich jeder von euch die Cam an, oder nur Blubi? Nur Blubi. Ach, Miller Keiler. Ja gut, ich bin ja auch der eigentliche Hauptzüger, so gesehen. Bis jetzt. Aber gut, wir werden jetzt immer mehr. Mal streamt ja, der Gunther streamt. Patrice wird jetzt auch öfter. Das ist halt sein Debüt heute. Bei unserem Kanal. Ich weiß ja nicht, ob man eine Cam hat. Patrice hat eigentlich schon mal gestreamt über unseren Twitch-Kanal. Ne. Echt? Wann? Ja, doch mal abends. Hast du mitgekriegt, hast sie mir eingestellt damals. Ach so, wo wir es eingestellt haben. Ja gut, das ist klar, das war ja der Test stream. Ach, und da kommt einer, der rast mit Sau. Moritz. Überholer. Wird ziemlich schnell, ne? Ja, ja. Beat Hacker oder so. Ne, wir fahren ja eigentlich ziemlich langsam. Also das kommt uns nur ziemlich schnell vor. Ich muss, ich muss sagen, also bei uns im Livestream ist die Chat-Aktivität dafür, dass wir, also jetzt gerade haben wir 60 Zuschauer, also ich finde die Chat-Aktivität sehr gut. Also bei mir hört sich fast gar nichts. Obwohl ich 255 zuschaue. Tja. Ne, vermisst gerade. Ich glaub, die sind schon mal nicht als Moderator eingestellt. Oh, Kalli. So, die ID 3117. Wrong Ray, sehr schön. Und ich hab dich auch schön in der Kamera drin. Achtu. Kalli überholt rechts. Boah, Kalli, Alter, da hab ich mich erschrocken. Achtung, Blume von rechts kam, wir waren sie im Fahrzeug. Wer reporten kann, bitte mal die 1317 reporten, danke. Alter, wer hat mich da jetzt abgedrängt. Gut. Alten 17. Bist du hinter mir? Wrong Ray, ich darf das reindrängen im Komboi. Dr. House ist hier. Das ist ein Other, ne? Oh, Alter. Wrong Way? Weiß ich nicht. Ich glaub ja. Wo ist dieser pinke, das ist eine pinke Elka-Wave. Hi, Haydn. Was? Heute große Spenden-Komboi. Für die deutsche Krebshilfe. Als White-Hunter-Z. Dr. House. Geh, Alter. Wer soll jetzt mal 6 Uhr ingamen werden? Dann kann Shigeru noch mal loslassen. Dieses Fernlicht. YouTube ist ausschreiben. Auch grad gemerkt. Flassi 15, servus. Michiru? Servus. Man denkt immer gleich kriegt man frontal was vor. Guten, guten, guten. Chaos-Komboi hat er sich genannt. Sehr geil. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wie man das ändert. Das ist glaub ich schon seit einem Jahr da. Äh, du gehst einfach bloß auf, auf, ähm, da wo wirst du, äh, Tab-Taste, dann auf Einstellungen, äh, und da kannst du irgendwo den Namen ändern. Wie konnte man da nochmal den Mauszeiger holen? Äh, 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 rechte Maustaste halten. Ah. Ah. Genau das ist nämlich ganz beschissen bei mir. Ich hab nämlich die Rechte als Blinker. Und dann hab ich, wenn ich aus Versehen das drücke, so, aaaaahhh. Ich habe vorher beim, beim Spendeneigeben ausgegeben, aus Versehen beinahe, den Spream ausgemacht. Das Problem, ich seh nichts wenn ich das einstelle. So soll ich das jetzt besser nicht tun. Sonst gibts wieder Tote. ja ich habe auf der aufnahme wirklich besser ja okay das schöne ist ja wir können ja danach noch die gut passt passt das machen wir nicht gleich und er denn da der drüben vertronen wir fahren hier also ab der war jetzt knapp gut mein navi mein navi hat schon aufgegeben die route vorzugeben wenn du nicht so fest wie ich will nicht mehr wo den fahren meintes auch komplett verwirrt bei mir zeigst du schon gar nicht mehr an kommen wir vorher ist überhaupt kein trailer drauf gleich kommt ne mautstelle mautstellen und blubi das ist ne innige freundschaft da hört man mit blubi und älteren mautstelle weißt du was noch besser ist mautstelle überholer ja weißt du auch warum bei blubi und bäume ist ja auch so ne innige freundschaft wenn jeder mautstelle ist ein schlagbaum ihr versteht den zusammenhang Junge macht das doch ausseilkommst alter einer im navi hat wieder eine strecke juhu äh 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 sind die ersten an die schon durch die mautstelle wir kommen gerade an Autopass wirklich? Nein! Doch ganz rechts fahrbar, ganz rechts, sag als Autopass fahren Wolle! Schalblume Alles gut Ganz rechts geht auch einfach am schnellsten Jaja Kann ich raus? Oh no! Man weiß wie nervig das ist, wenn Kalli die ganze Zeit auf so ne Scheißtaste kommt zu wispern Äh, die kommen nicht in den Keller ein Naiv? Was ist los? Na, Patrick Nein Ich kann Gas geben, ich hab Probleme Oh Mann, Halb Mann, Einsichtbar Wow Wie die Fraunstum Morgen Juh Gleich kraucht's Ja Äh Nö, alles gut Nö Es ist der Patrick, wo ist jetzt der Guten? Äh, ich bin hinter... Äh, Patrick Autschi Äh, Patrick Ja Und du, wenns geht hinten Also nicht bei mir mitfahren Genau Sondern genau ganz hinten Einreihen Und dann kannst du mitfahren 30 Kilometer hin Ja Ja 30 Kilometer hinten Das könnte passen Ah, jetzt holt sie mal Wimple Juhu Hallo Blubi Blubi Blubi, bist du wieder auf Renault umgestiegen oder? Ne, du fährst ja das gar gern, ne? Ne, ich fährst gar gern, ne? Ne, ich fährst gar gern, ne? Ich hab 30 Prozent Jetzt zieh da an, ne? Ja Jetzt hat er im Auto wieder drin, jetzt gibt er Gas Komm mal hin, ne? Ey, du weißt, wenn ich falle auf dem Standsteifen Äh, Steifen Äh, Steifen Äh, Steifen Steifen Da darfst du 60 fahren, ne? Ich zieh rein Von rechts, so wie ich das sehe Okay Oh, Evie blinkt mich an Oh Oh Guck mal, wie ich wackeln kann im Hintern Oh, sie wackeln mit dem Hintern Arsch Boah Ich hab sie abgebubst, Alter Scheiße Scheiße Ja, ich hab's doch hier Wie viele Kilometer wären's noch bis Salzburg? Oder Chaos Rabi, hab ich mich ja immer mit meinem Stahlarsch abgelenkt Oh, ja Was macht ihr da vorne, ey? Äh, gut, es war etwa 800 Kilometer bis Salzburg Mein Schatz ist ja nicht da, oder? Nein, nimm zucht an Gut, dann passt alles Es ist halb sie ein Ingame Da kann ich das mal ohne Blubi Was? Ich bin weit weg, ich bin hinten Ne, ja gut, es war 640 Kilometer Okay Ne, Blubi, du hast grad Kalli gerammt Ja, dann fahr ich heute wieder hinter Ne, hab ich gar nicht Kein Problem Ich war rechts Ich hab nicht Kalli gerammt Irgendein anderer hat ihn gerammt Außerdem war ich nicht schuld, sondern vor mir Weil, 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 weil Weil Kalli hat mir nur grad Ja, der Kalli wollte hier Vollbremsung zu machen Ne, Kalli Kalli hat mir nur grad übers Hetzen ins Ohr gewispert Schrägstrich gebrüllt Blubi Ich war's nicht Ich kann zurück bis fahren Also das Ziel ist Salzburg Ja Definitiv Wir sind in Salzburg gestartet Also wir sind ein Du bist in den guten Reihen Also wenn wir auf der A8 Kalli als du bist, auch du schuld Genial Warum bin ich schuld? Ich bin gar nicht schuld Ja auch Du bist in den guten reingefahren Und du bist dann in Kalli reingefahren Na, ich bin eh Ich bin eh Ich bin eh Ja, ich glaub das ist aber Tabas auch einfach Wegen dem Lex Wie ne I Ist doch scheisse geil Was? Moment mal, gell Also ich bin gebremst Und ich bin eigentlich gebremst worden Von ihrem Stahl aus Halt Komm wir sind uns alle einig, dass Kalli den Schuld hat, oder? Er bleibt alle so wie es ist Ja genau Ah, ich lieb Der Konvoi wurde am Ende geschränkt Also gebremst Okay Ah, Alter Klingelt schon wieder Oh, guck der Son Bau, bau Ja, ja, da ist es wieder Okay, und wo geht der Konvoi? Nach Salzburg? Oi, Leute Aua Ich bin ne schöne Europa-Rundfahrt heute gemacht, ne? Ja Wir sind einmal um ein Block rüber Und dann Jetzt fahren wir wieder zurück, ja Da ist er wieder Da ist er wieder